Mein Name ist Martin Bussmann, ich arbeite bei der Grimme Landmaschinenfabrik im Serviceaußendienst. Grimme ist der Hersteller für Kartoffeltechnik, Rüben- und Gemüsetechnik und bin in dem Unternehmen seit 15 Jahren für den Service tätig. Als Servicetechniker sollte man mitbringen, Verständnis mit den Maschinen, den Umgang mit Hydraulikkomponenten, Elektronik und Verständnis in die Kartoffeltechnik oder in die Rübentechnik. Die Ausbildung zu einem Servicetechniker umfasst so weit, dass wir jede Menge Studien bekommen in Richtung Elektronik, Mechanik, Hydraulik und mit den elektronischen Komponenten in den Maschinen. Zu meinen Hauptaufgaben gehört Reparaturen der Maschinen, Ersteinsätze. Mobile hat uns die Sachen weiter vereinfacht, wir haben weniger Papier mitzutragen und es ist einfacher, über das iPad unsere Sachen abzuschließen und es ist auch ein schnellerer Ablauf. Für uns im Außendienst, weil wir ziemlich viel in Gegenden sind, wo keine Internetverbindung ist, ist es für uns ein großer Vorteil, dass wir offline verfügbar sind und die Berichte an der Maschine mit dem Kunden abschließen können. Wir können nur detaillierter die Fehlerbeschreibung an unseren Indienst weitergeben, wir können Bilder anhängen, was zuvor immer ein Problem eigentlich war, dass wir einmal in Papierform den Bericht schreiben mussten und im Nachhinein eine E-Mail verfassen mussten mit Bildern für die jeweiligen Techniker. Für die Kunden ist es ein Vorteil, wir können diesen Auftrag direkt abschließen und direkt an die Kunden per E-Mail weiterschicken, dass sie es auch in schriftlicher Form per E-Mail bekommen. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.